Bio-Deutsch, Bio-Fleisch, Bio-Ei, Bio-Apfel, biologisch abbaubar, gewachsen in guter deutscher Mutter Erde, ökologisch einwandfrei, über Jahrhunderte verwurzelt in deutschem Boden, kultiviert in deutschem Blut, Bio-Deutsch eben, importiert, exotisch, fremdartig, Neugier, vielleicht aus dem Gewächshaus, genmanipuliert, künstlich krank, krankmachend, mit Migrationshintergrund, die tragische Mulattin, die Kreuzung aus Pferd und Esel, nicht fähig sich zu reproduzieren. Wozu auch? Wer kam überhaupt auf die Idee? Bio-Deutsch, Bio-Logisch abbaubar, mit Migrationshintergrund abbaubar. Warum diese Fixierung auf Differenz vermeintliche, warum diese Differenzen produzieren, reproduzieren? Wichtige Fragen? Rhetorische? Vielleicht? Wer nennt sich selbst ernsthaft Bio-Deutsch? Wie käme ich auf die Idee, mir einen Migrationshintergrund anzueignen? Woher bin ich denn migriert? Und wo kommst du her? Aus dem Uterus meiner Mutter. Dieser gewachsen und gediehen auf dem Kontinent, dem afrikanischen, the Motherland. Aus dem Uterus gekrochen, nicht Bio-Deutsch. In Hanau, wo 40 Jahre später neun Menschen sterben mussten, weil sie nicht Bio-Deutsch waren. Sind Körper nicht biologisch abbaubar? Das deutsche Reichsbürgerrecht, auf dem bis heute das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht basiert, besagte, dass die Kinder deutscher Männer Deutsche waren, nicht die Kinder deutscher Frauen. Doch die Rechnung war ohne die Kolonien gemacht worden. Schnell wurde das geändert, rückwirkend. Braune Bio-Deutsche? Wo kommen wir denn dahin? Wie sehr das bis heute wirkt, zeigt, dass selbst die Änderung des Staatsbürgerrechts von 2000, das ein bisschen weg von der ursprünglichen Blut- und Bodenideologie rückte, nicht machtvoll genug war. Bio-Deutsche und nicht-Bio-Deutsche. Pass-Deutsche. Deutsche mit Migrationshintergrund. Das Denken ist in uns. Ein verleichtes Wissen. Immer und immer wieder reproduziert. Das wird immer so weitergehen, wenn nicht gezielt dagegen vorgegangen wird. Bio-Deutsche.